ARD Text im Auftrag von Funk und dann Boom sagt, was er aber nicht hört, und dann krieg ich auch die Fresse. Das kennen wir doch wirklich schon. TOD! Du bist nur scheiße, ne? Niemand mag dich. Niemand mag dich. Soll ich weiter aufnehmen, oder soll ich das als letztes Fail speichern? Tja. Lachst du! Das letzte Fail! Nein! Rüßt du mich eigentlich? Was? Boah, ich hasse dich. Warte, ich muss einfach die Waffe nehmen. Einen Moment. Die Waffe, die Gott schon hat im Nacken.